Als kurze Einführung, die Firma Zeeman besteht seit 1965, also wir haben doch schon eine relativ lange Historie jetzt. Also wenn man jetzt über Industrie 4.0 und so spricht, dann heißt das immer, Maschinen sollen miteinander kommunizieren, sollen miteinander vernetzt sein und so hat sich dann dieses Produkt quasi als Komplementär-System entwickelt. Das ist ein relativ modulares System, das kann man mit Thammern stoppeln, je nachdem wie man es braucht. Die Sicherheit, die man bei so einer Anlage hat, ist eben die, dass sie sich nicht irren kann. Die kann sie nicht vermessen, die macht solche Fehler einfach nicht. Die Sicherheit, die ich nicht verwirkliche bin, dass sie nicht mehr ausf Idea sind, Ich bin jetzt gleich angekommen, dass sie nicht mehr als Komplementär-System entwickelt wird,